Oh, 226 Kilometer Nummer. Von da sind wir gekommen letztes Mal, sieht man eh noch, die genaue Linie. Und in Duisburg sind wir gekommen, jetzt haben wir es abgezahlt für das Schnellfahren. Und in Duisburg sind wir gekommen, jetzt haben wir es abgezahlt für das Schnellfahren. Dort fahren wir aber auch vorbei, da fahren wir auch nicht runter. So? So, am Kreuz bist du. Geradeaus? Geradeaus. Wo ist eigentlich Richtung Köln? Köln dann vorbei und dann Richtung Süd. Und dann geht es weiter. Und dann geht es weiter. Auch der LKW ist nicht mehr so gut. Aber... Alles ganz quick. Turn to Spook. 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 Turn to Spook.